Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Need for Speed Heat und heute geht es um die besten Fahrzeuge in jeder Kategorie, das bedeutet fürs Driften, für Offroad und für Strecken-Events, denn es gibt eigentlich nur eine theoretische vierte Kategorie und das ist das Offroad Driften und die gibt es zwar zum Tunen, aber nicht wirklich im Spiel als Events, von daher beschränken wir uns auf die drei Kategorien, die es auch in Events gibt. Ich werde gleich immer neben dem jeweiligen Top-Fahrzeug in einer Kategorie auch noch ein Alternativfahrzeug nennen, sodass ihr eine kleine Auswahlmöglichkeit habt, falls euch das erstgenannte Fahrzeug nicht zusagen sollte. Allerdings seit zu Beginn des Videos grundsätzlich noch einmal erwähnt, dass es nicht unbedingt notwendig ist, das jeweils beste Fahrzeug einer Klassenkategorie zu verwenden, um auch gegen die KI-Gegner auf den ersten Platz zu kommen, denn Need for Speed Heat ist ein reines Arcade-Spiel und es ist halt eben auf Casual-Spieler ausgelegt, das bedeutet, man kann mit fast jedem Fahrzeug in jeder Kategorie auf den ersten Platz kommen, wenn man das Fahrzeug entsprechend tunet. Nichtsdestotrotz eignen sich bestimmte Fahrzeuge natürlich deutlich besser als andere für bestimmte Strecken und ja, sowohl Anfänger als auch Profis profitieren davon zu wissen, welches die besten Autos sind, denn während der eine die letzten Zehntel auf der Strecke rausholt, tut sich der andere deutlich leichter damit, um gegen die KI-Gegner erstmal gewinnen zu können. Und damit starten wir mit der ersten Kategorie und das ist die Strecke, also Fahrzeuge, die auf dem Asphalt wie auf Schienen fahren sollen und dort nicht driften und dazu gibt es vor allem ein Fahrzeug, was sich als OP-Fahrzeug herausgestellt hat und das leider nicht zum ersten Mal, denn der Wagen ist schon seit Need for Speed 2015 deutlich OP, es ist der Porsche 911 Carrera RSR 2.8 von 1973. Und obwohl der Wagen nicht eine glatte Zehn bei der Beschleunigung hat, ist der Wagen extrem schnell und man muss leider auch sagen, es gibt eine Kategorie, die gar nicht gewertet wird in Need for Speed und das ist das Thema Handling, denn dieser Wagen hat im Handling eine absolut OP-Leistung vorzuweisen, die wahrscheinlich deutlich besser sein dürfte als bei der Alternative, die ich euch gleich zeigen werde, aber, was auch nochmal wichtig zu erwähnen ist, wenn ihr den Wagen auftunt mit den jeweiligen Ultimativ-Plus-Teilen, die ihr über High-Heat-Rennen freischalten könnt, dann solltet ihr auch eines vornehmen und zwar den Engine Swap, denn ursprünglich ist im Wagen ein 2,8 Liter Boxermotor verbaut, ihr solltet auf den 3,6 Liter Sechszylinder Boxermotor umswitchen, denn hiermit habt ihr deutlich höheres Leistungspotenzial und somit kommt der Wagen auch schnell in die 400 Plus Kategorie und ist damit mit Abstand das beste Fahrzeug für die Strecke. Und für diesen Wagen habe ich auch ein eigenständiges Video gemacht, weil es eben der beste OP-Wagen im ganzen Spiel ist, falls ihr das Video nicht gesehen habt und euch ausführlich für das Tuning von dem Wagen interessiert, verlinke ich euch jetzt nochmal hier oben das Video dazu und alternativ zu diesem Wagen könnt ihr auch den Mitsubishi Lancer Evo 9 wählen, der hat sogar noch eine klein wenig bessere Beschleunigung, allerdings nicht so ein gutes Handling, das werdet ihr im direkten Vergleich merken, natürlich ist der Wagen dadurch nicht gleich schlechter, bevor jetzt gleich wieder irgendwer Schnappatmung bekommen sollte, aber grundsätzlich ist der Wagen eben nicht ganz so schnell und agil wie der Porsche 911 RSR. Auch hier solltet ihr einen Engine Swap vornehmen und zwar auf den 3,8 Liter V8 Motor und das ist ebenfalls eine Investition, die sich lohnt, um den Wagen sehr schnell auf 400 Plus zu bekommen. Grundsätzlich ist der Wagen bei der Beschleunigung eine knappe halbe Sekunde schneller von 0 auf 100 als der 911 RSR, auch in der Höchstgeschwindigkeit ist er 2 kmh schneller und eignet sich hervorragend für Sprintveranstaltungen, wo es auf die Höchstgeschwindigkeit oder Beschleunigung ankommt, allerdings verliert der Wagen eben in Kurven wieder wertvolle Zeit gegenüber dem RSR und von daher ist das bessere Gesamtpaket der Porsche 911, aber eine gute Alternative ist auf jeden Fall auch der Lancer Evo 9. Und wo wir gerade beim Mitsubishi Lancer Evolution 9 gewesen sind, bleiben wir auch direkt bei dem Fahrzeug, denn wir kommen zur nächsten Kategorie, dem besten Offroad-Fahrzeug und hier kann der Lancer Evo 9 sein wahres Potenzial ausspielen, denn hier ist er wiederum dem 911 RSR deutlich überlegen. Er ist auch sehr leicht umzurüsten von einem Straßenrennwagen auf das jeweilige Offroad-Gebiet, denn ihr müsst lediglich die Reifen ändern, ihr müsst noch einmal das Differenzial überarbeiten und darüber hinaus auch das Fahrwerk auf Rally abstimmen und damit habt ihr schon ein absolutes OP-Fahrzeug für den Offroad-Bereich und der Wagen ist auch schneller als jeder andere Offroad-Wagen, obwohl er natürlich ein klein wenig in der Beschleunigung verliert mit den Rally-Reifen. Und deshalb eignet sich dieser Wagen auch hervorragend für alle, die etwas Geld sparen wollen, denn dieser Wagen hat gleich zwei Gesichter. Ihr habt gesehen, einmal für die Strecke ist er auf Platz 2 sehr gut zu gebrauchen, nach dem 911 RSR, doch im Offroad-Bereich ist er sogar auf Platz 1 und damit das beste Fahrzeug, das ich euch hier empfehlen kann. Und ihr seht, mit wenigen Handgriffen und wenig Geld ist der Wagen von einem Gebiet auf das andere umgerüstet und eignet sich dort mindestens genauso gut. Doch für alle, die vielleicht nicht unbedingt auf dem Mitsubishi Lancer stehen, sondern eher ein deutsches Premium-Modell bevorzugen, kann ich auch eine gute Nachricht an dieser Stelle geben, denn es gibt eine hervorragende Alternative, die zwar etwas langsamer in der Beschleunigung ist und nicht ein ganz so hervorragendes Handling aufweist, aber trotzdem ein absolutes Biest im Offroad-Bereich ist und das ist der BMW X6 M von 2016. Doch sei an dieser Stelle auch erwähnt, der X6 M ist etwas für die Need for Speed Millionäre unter euch beziehungsweise denen, die richtig viel Geld in dieses Fahrzeug investieren wollen, denn um das ganze Potenzial aus diesem Fahrzeug rauszuholen, solltet ihr hier ebenfalls einen Austauschmotor einsetzen und nicht irgendeinen, sondern wahrscheinlich den teuersten im ganzen Spiel und zwar den 5 Liter V8 Schmiedemotor mit 715 PS, der euch gleich 640.000 Dollar kostet. Hinzu kommen natürlich noch die ganzen Kosten für die Ultimativ-Plus-Teile beziehungsweise die jeweils besten Teile der einzelnen Kategorien und dann seid ihr doch sehr, sehr schnell auch bei über 900.000 Dollar für das Fahrzeug. Doch wenn ihr die hohen Investitionskosten für das Fahrzeug nicht scheut, werdet ihr belohnt mit einem extrem soliden Offroad-Fahrzeug, das ein nahezu unverwüstliches Handling aufweist, denn keine Bodenunebenheit bringt dieses Fahrzeug so schnell aus der Fassung. Dafür hat der Wagen auch noch eine extrem gute Leistung, einem Index von 10,0, den er rechtfertigt mit über 1480 PS beziehungsweise 1532 PS mit dem Single-Turbo und darüber hinaus noch über 1700 Newtonmeter. Allein das ist eine Anseige, an die nicht jedes Fahrzeug rankommt. Und damit kommen wir als nächstes zur finalen Kategorie, den Drift-Fahrzeugen, also wie ihr möglichst gut querfahren könnt auf Asphalt, denn wir lassen die Offroad-Drift-Kategorie ja außen vor, da es diese ja nur theoretisch im Spiel gibt. Und hier gibt es auch ein, zwei Fahrzeuge, die sich besonders gut empfehlen lassen und das ist zum einen die Dodge Viper GTS von 2014. Auch hier solltet ihr natürlich die Ultimativ-Plus-Teile einbauen und jeweils die maximalen Teile, um auf einen Leistungsindex von nahezu 400 zu kommen. Doch ihr braucht nicht unbedingt einen Engine-Swap, denn der 8,4 Liter V10 bietet mit am meisten Leistung. Zudem spürt man beim Wagen ein sehr gutes Handling. Auch das ist wieder leider eine Eigenschaft, die man hier nicht in Form eines Balkens sehen kann. Aber ihr seht auch, die Leistung ist extrem stark. Der Wagen hat nämlich auch deutlich über 1000 PS und schafft es damit auch sehr, sehr leicht, mit leichten Gasstößen schon in den Drift zu kommen und ist daher auch ein hervorragend geeignetes Fahrzeug, gerade auch für Drift-Anfänger. Allerdings muss ich an der Stelle auch sagen, es ist kein absolutes OP-Fahrzeug, denn meiner Meinung nach gibt es gerade fürs Driften in Need for Speed, was vom Handling teilweise sehr schwierig ist, nicht unbedingt ein wirklich überlegenes Fahrzeug gegenüber anderen. Aber es gibt eben Autos, die teilweise sehr zappelig sind, also ein sehr nervöses Handling haben und andere, die so schwerfällig sind, dass man nicht unbedingt gut auf Kurven reagieren kann. Und hier muss man sagen, hat man mit der Viper ein sehr ausgeglichenes Grundfahrzeug. Eine Alternative gibt es allerdings dazu und das ist meiner Meinung nach der Mazda RX-7, denn dieses ist wohl nicht nur eine JDM-Legende, sondern auch ein hervorragendes Drift-Fahrzeug, das ebenfalls seinen Motor vorne sitzen hat und damit auch ein tendenziell leichtes Heck bietet. Und auch dieser Wagen lässt sich mit dem entsprechenden Motor sehr, sehr gut aufrüsten. Ich nutze selbst den Mazda RX-7 so gut wie nicht mehr fürs Driften, habe ihn allerdings ganz am Anfang verwendet, da man den Wagen sehr schnell freischalten kann und er verhältnismäßig günstig ist. Später allerdings ist mir die Viper eben deutlich besser im Handling gelegen und von daher habe ich den Mazda RX-7 so ein klein wenig in der Garage verstauben lassen. Nichtsdestotrotz, mit dem entsprechenden Motor, einem 4-Liter-Sechszylinder-Boxer-Motor, lässt sich der Wagen auf über 1000 PS steigern und damit habt ihr in Verbindung mit den entsprechenden Teilen auch ein hervorragendes Drift-Beast geschaffen. Übrigens kann ich euch insbesondere zum Thema Driften empfehlen, das Live-Tuning zu verwenden, das ihr über das rechte Steuerkreuz erreichen könnt, denn gerade hier habt ihr nochmal die Möglichkeit, die Lenkungsempfindlichkeit einzustellen oder auch zu bestimmen, ob ihr lieber einen Break-to-Drift oder ein, wie jetzt in Need for Speed Heat, neu Gas geben zum Driften-Stil haben wollt. Also das ist euch überlassen und ihr erreicht es, wie gesagt, im Live-Tuning. Und damit sind wir am Ende der drei Kategorien angelangt und ihr kennt nun die jeweils besten Fahrzeuge inklusive der entsprechenden Alternativen. Habt ihr auch eigene Fahrzeuge, die ihr gerne empfehlen wollt, dann schreibt sie doch gerne einmal in die Kommentare mit den entsprechenden Austauschmotoren, die ihr darin verbaut und wofür ihr diese Fahrzeuge dann verwendet. Abschließend noch ein Hinweis, falls du eine Crew suchst für Need for Speed oder dich beispielsweise generell zum Spiel austauschen möchtest und Tipps und Tricks weitergeben möchtest oder auch welche haben möchtest, schau doch gerne mal auf dem Citrone Formel 77 Discord-Server vorbei, den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. In jedem Fall hoffe ich, dass dir dieses Video dabei geholfen hat, die richtigen Fahrzeuge auszuwählen für die jeweilige Kategorie und du es mit einem Däumchen nach oben bewertet hast und auch den Kanal abonniert, damit du zukünftig keine Infos und News mehr zu Need for Speed Heat verpasst. Und damit verabschiede ich mich nun von dir und wünsche dir noch einen schönen Tag beim Zocken und hoffe auch, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao! Bis dahin, macht's gut, ciao! Untertitelung des ZDF, 2020